Heute wird als erstes ein traditionelles Hausmittel ausprobiert, und zwar ein basischer Leibwickel. Das Einlegekissen wird zuvor basisch getränkt. Eine Wärmflasche oder ein warmes Moorkissen spendet zusätzlich angenehme, dauerhafte und wohlige Behaglichkeit und entkrampft die Muskulatur. Der in unterschiedlichen Größen erhältliche Leibwickel kann mithilfe der seitlich angebrachten Schlaufen leicht und individuell fixiert werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020